Ja, mit Steuerung geht es, glaube ich. Ja, es bringt aber nichts. Nein, ich meine, Autowalk, dass ich ihn einmal kurz drücken muss und der dann automatisch läuft. Außerdem sterbe ich gleich, wahrscheinlich dann. Du stirbst nicht, Lenny. Sei mal nicht so demotiviert her, Mann. Verätselnd. Ich bin nicht demotiviert, ich habe mich nur selber getötet und bin darüber sehr... Aböst. Vermöst. Äh, ab... Boah, ich weiß nicht, was ich hier oben machen soll. Ich zerstöre die gesamte Infrastruktur dieser Pyramide, weil ich diesen Sandstein so geil finde. Hm. Den könnte euch nicht raus. Nein, ich kann gleich nicht mehr ran. Doch, doch. Nein, ich kann gleich nicht mehr ran. Musst du dran glauben, Lenny. Wie ein Dorf. Yay. Nein, ich kann nicht mehr rennen. Wenn du beim Dorf bist, hast du es aber schon fast geschafft. Hm, schon fast geschafft. Genau wie 20 Kills vor der Nuke. Aha. Ungefähr. Hast du es schon fast geschafft. Man muss sich kurz Schwein töten. So, Lenny. Hm? Lenny das. Ah, so Lenny. Wir sind einfach Schweine. Lenny das sind Schweine. Pferdefleisch gibt es ja nicht. Ja, ist eigentlich schade, dass es kein Pferdefleisch gibt. Könnte man sich wenigstens eine Lasagne machen. Hm. Ganz lecker. Ja. Hast du nicht noch eine? Eine Lasagne? Ah, ne, ich hab noch eine. Ich hab noch Lasagne. Ja, ich hab auch noch Lasagne. Ich überlege gerade, ob ich mit ihm... Ne, dann werde ich fett. Egal, ich mache eine Lasagne. Du bist fett. Pff. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Ihr seid scheiße. Ich bin nicht fett. Könnt ihr bei dem Video sehen, hier bei... Nein, Julian. Julian ist fett. Ja, Julian, der ist richtig fett. Nein! 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 Was ist denn? Nein! Ich bin runtergefallen. Oh, Lenny, du bist so unten. Wenn ich wieder da bin, dann teleportiere ich dich zurück. In einen kugeligen Raum, der nur aus Stein besteht und ich hab nix im Inventar. Und Stein kann man ohne nix nicht abbauen. Ohne nix kann man Stein, na klar kannst du ihn abbauen. Nein, doch. Kannst du nicht. Nein, du kannst ihn mit der bloßen Hand nicht abbauen. Du kannst ihn mit... Ja. Du kannst ihn gleich nicht mehr neu platzieren, aber... So. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie du gerichtet bist. Ah doch, doch, schützt. Du musst einfach nur X und dann Tab klicken. Guck mal, an seinem Namen sieht man schon seine sexuelle Neigung. Was machst du denn da jetzt so? Hm? Auf die XX-Banane. Das ist ein falscher Ausgang. Oh, okay. Like that? Dankeschön. Oh, shit. Ah. Letzte Mal. Jeder hat einen Teleporter übrig. Du hast den jetzt bekommen. Hört. Das hab ich nicht gewusst. Das wusste man mir vorher sagen. That does not count. Oder? That does not count. Ich hoffe, es hat geklappt. Ja, du musst nur einmal dich reinlegen, da ist er gesetzt. Und Flo, schon irgendwas gefunden. Ja, noch ein Akazienwald jetzt gerade. Oh, super. Geil. Ziemlich geil. Boah, ich werd ganz heiser, ey. Er wird ganz high. Heiser. High. Ich hab, glaub ich, auch die Orientierung verloren. Ich komm mal wieder zurück. Also, wenn ich nicht die Orientierung verloren hab. Ohne Holz kommst du hier nicht zurück. Ich hoffe, meine Sachen sind noch da. Wann verschwindet die? Nach 10 Minuten. Lol. Oh mein Gott, weiß nicht, ich lauf grad die Leiter hoch. Die Leiter ist vorbei. Auf einmal animiert er da noch 3 Meter Leiter. Ja, ganz sicher. Nein, meine Sachen sind weg. Also, auf jeden Fall war's früher so. Ich denke mal nicht, dass sich das geändert hat. Meine Sachen sind weg. Ja, aber du hattest doch nicht so viel. Ja, ich bin tot. Oh, mein Gott. Was? Ja, ich hab doch da ein Bett. Du hast er gesetzt, ist okay. Ja, weil da oben vier Spinnen campen. Ja, die scheiß Camper immer, ne? Ja. Ja, kenn ich. Mit Schalldämpfer, Herzschlagsensor, Ninja und eiskalt. Ja, kenn ich. Dann bringt selbst die UAV nix. Ja, stimmt natürlich. Flo, bist du hier irgendwo an, Ninja? Komm jetzt gleich, ja. Hol den Eichel-Zapplings, ja, und, äh, Planeten. Was soll ich holen? Eichel-Zapplings. Ja, oh mein Gott, er schubst mich. Ja, dann planete den mal. Ich muss erst, ich muss erst mal das. Ja, oh mein Gott. Du hast schon. Unten im Tal ist es noch welche. Oh, scheiße. Ist die größte Huren-Sohn-Spinne aller Zeiten. Alter. Wie tat Lenny. Äh, ich will die Leiter hoch, die Spinne kick, einfach, äh, 50 Blöcke runter. Alter. Kannst du so oft sterben, wie du willst. Ja, ich dachte, sich YOLO-Swaglicious. Ultradoff. Ist eigentlich das. Oh, das ist fett wiesen, Alter, boah. Oh, das ist cool. Ich bin ja immer sozial und mute mich. Ja, das ist nice, ich kann mich nicht muten, das ist das Problem. Wieso? Na klar. Oh, Junge, hier sind wir die Zombie. Das ist doch fast lang. Ja, aber dann muss ich mein Mikrofon ausschalten. Dann stoppt die auch. Ne, wieso? Du kannst doch einfach auf Knopfdruck dein Mikro ausschalten. Ja. Das ist mir zu kompliziert. Alter. Ja. Das ist genauso schwer, wie dein Aufnahme-Key belegen. Ja, das ist ganz leicht. Ja, eben. Voll unnüßend. Sonnehalz. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Gott, Flo, du bist so unfair. Hey, warum die unfair? Oh, jetzt fang ich gerade wirklich an zu weinen. Du musst dich jetzt... Warte mal. Bist du der... Wer von euch ist jetzt der Grüne? Lenny, wo bist denn du? Oben. Auf dem Berg. Du musst in Richtung Sonne laufen. Ja, ich laufe in Richtung Sonne. Ja, genau. In Richtung Sonne. Ein bisschen weiter westlich. Da rennt irgendwas. Ich spiele gerade mit Dov, wisst ihr? Mit diesem... Wenn man was anvisiert, wird es scharf und der Rest wird unscharf. Mit Dov? Ja. Mit Dov. Doof ist wonderful. Ja, nicht. Doof ist das für die Klugen. Okay. Na, gut. Ah, ich habe es glaube ich gefunden. Ja, ist auch nicht so schwer eigentlich. Siehst du, seht ihr mich? Auf der Karte, also du schon rum. Ich muss mal schnell die Settings einstellen, wo ich denn die Karte überhaupt öffne. Ja, doch, das ist definitiv unser Heimatgebirge. So krass groß wie das ist. Wunderschön. Krass, ich werde es locker nicht überleben. Doch. Musst du mir gleich mal helfen, Flo. Ja, mach ich gleich, wenn ich es schaffen sollte und ich was gegessen habe. Komm. Der Schkorn hier hat das Netz zur Schwärmung. Ich schätze, das aber mir eben. Ultranoble. Ah, okay. Ich kann ja neben Lavasee hochschwimmen, ne? Ja, kannst du noch. Beim Traum kommen. Dürfte eigentlich ungefähr, müsste ungefähr nicht sein. Ich schaff's einfach nicht zurück. Unfassbar, wie die Musiklautstärke sich mal ändert. Ah, ich seh dich. Ich seh dich jetzt auch auf dem Map, glaube ich. Alter, ein unschmerstes Gebirge ist mindestens 200 Blöcke hoch. Ist denn gesund? Ah, okay, gut. Ich weiß, wie du bist. Echt? Dann kannst du es mir gerne sagen. Ja, du musst genau in Richtung Nordost. Nordost? Oh. Ach, nee, warte mal. Ich glaube, ich muss in Richtung Nordost. Nee, 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 nee. Ich ist falsch. Du musst noch richtig weit, du musst noch richtig weit. Ja? Ja. Also du musst auf jeden Fall, ich denke mal, du bist in den Süden gelaufen, oder? Ja, Richtung Sonne. Ja, dann musst du jetzt in den Norden laufen. Da ist jetzt die Sonne. Obwohl die Sonne eigentlich ja nie im Norden ist, aber irgendwie ist die Norden Sonnen. Äh, ah. Sonnen im Norden. Ich glaube, sie ist gerade im Sonnen. Ja, das ist hier im Zenit. Ah, ich sehe dich, glaube ich. Äh, ich sehe dich nicht, aber ich sehe. Ach so. Da ist der Baum. Ich glaube, das ist der Baum. Der Baum der Schande, wo der nämlich runtergeworfen hat. Ja, das hat schon immer mehr verpasst. Kann das sein? Ah. Kann das sein, dass ihr wirklich hart unfähig seid? Ja. Ich brauche mehr Eichenholz. Was sagt er dazu? Eichelholz? Wolle welches? Eichelholz ist ganz schön eklig. Oh mein Gott. War gerade hier, äh. Aha. Ja, verstehe ich. Episch. Ja, kann ich auch. Jun, ich raste gleich aus. Ich kann diesen Berg nicht mehr drauf. Ich muss jetzt unbedingt, unbedingt gleich nach drin. und mir dann ganz schnell kurz im RL, ich weiß, was gibt es für die meisten gar nicht, äh, aber im RL was zu trinken holen. Was, was, mit Zucker. Ne, wahre Zucker verdursten. Ja. Sieht man ja an den ganzen Call of Duty. Nicht so einen Lappen wie du. Suchtern. Oh mein Gott, ich hab, ich bin, oh mein Gott. Ja, ich bin da. Das ist der Heimatbaum. Stamm. Flusssee. Ängste. Ja. Ohne Spaß, ich muss da unbedingt Leitern hochbauen. Das ist ja... Hä? Wann das jetzt? Das war meine Maskulinale. Flo kriegt seine Tage. Da ist die Leiter, ja. Yay. Ich wusste doch, ich hab hier was hochgebaut. Ach, du bist echt von der anderen Seite gekommen. Ja. Guck mal, Flo, jetzt erinnere ich mich schon ziemlich geil aus. Dann muss ich jetzt nur noch... Ich muss nur noch schnell... Ja, ich behalte es. Du weißt, du, der wollte, der musste ja unbedingt noch was von mir wollen. Ne, ist schon okay. Ist schon okay? Ich verarschen. Eins, zwei, drei. Und jetzt hab ich... Ach, bitte, 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 bitte. Nein. Jetzt ist es nicht so hoch. Oh, fuck it. Hm, wie machen wir das jetzt? Äh? Ja, würde ich sagen, gibt's noch einen Ausweg, wa? Selbstmord. Selbstmord. Er macht den Selbstmord. Ja, na klar. Die Komete zur Seite. Schaut es da? Nein. Ich brauch mal Leitern. Oder Wasser. Brauch Wasser. Na, ich schlapp jetzt wieder. Was seid ihr denn für krasse Idioten? Was losen wollte ich? Ja, wir sind nicht so die Fähigen. Urarmfeldern. So, fertig. Endlich. So, jetzt muss ich noch ganz schnell nach... ...oben kommen. Liegt da noch irgendwas? Meine ganzen Sachen, die in mir waren, sind so völlig zerspritzt. Okay, das... Ja. Okay. Ja, lassen wir. Da ist ein Atlas von... ...da oben liegt nur was. Na, hab ich's jetzt? Ah, ich komme mal kurz zu euch und... Ne, möchte ich nicht. Ich hole mir kurz einen Eimer mit Wasser, dass ich von da oben endlich mal runterspringen kann. Ich krieg das Ding einfach nicht hier. Hm? Ich krieg das Ding nicht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich werfe da einen runter. Wo bist du? Von oben. Ich sehe dich nicht. Ich komme jetzt gerade da den Weg. Wenn ich den mal finde. Welchen Weg? Ach, du bist da. Ja, warte, ich komme zu dir. Ich denke, du bist hier irgendwo, oder? Ja. Ja, ich hier. Ja. Schön. Ist er? Ach, da ist er. Ab ihn, ja. Oh, ich bin fast runtergefallen. Ich verstehe nicht, warum er langsamer stimmt. Ja, dann gibt's. Wenn er am, am, an der Gläuern... Ja? Was denn? Wir hatten schon, ähm... Ich, ich versteh's gerade nicht, was? Du hast doch vorhin ne Diamantspitzhacker gemacht. Ja. Ja, wir hatten schon eine. Ja, lol. Ja, wir hatten schon mal. 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 Vielen Dank.